Der Tod kann auch dann kommen, während du gerade sündigst. Und so wirst du deinem Schöpfer gegenüberstehen, deinem Herren, der dich erschaffen hat. Am Tag der Auferstehung begegnest du deinem Herren in exakt der gleichen Haltung, in der du gewesen bist, als du starbst. Wie im Hadith von Al-Hakam radiallahu anhu überliefert, sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, wer auch immer an einer Sache stirbt, wird Allah im selben Zustand gegenübertreten, in dem er gewesen ist, als er starb. Liebe Geschwister, dies ist ein authentischer Hadith. Kannst du dir den Tod eines Menschen vorstellen, während er Schirk oder Kufr beginnt? Während er Mordet oder Unzucht beginnt? Und er währenddessen stirbt, im Zustand der Sünde? Und dann, wenn er wieder aufersteht, während er diese Abscheulichkeiten begeht? Kannst du dir einen Menschen vorstellen, der stirbt, ohne sein Gebet nachkommen zu sein? Kannst du dir vorstellen, dass ein Mensch stirbt, ohne auf Hatsch gewesen zu sein, obwohl sein Reichtum die Höhe eines Berges übersteigt? Kannst du dir einen Menschen vorstellen, der im Alkohol raus stirbt, während er gerade stiehlt, dass er im Wettbüro stirbt oder gerade Drogen konsumiert und stirbt? Und er wieder auferweckt wird, mit einer Marihuana-Kippe an seinen Lippen oder mit einer Nadel im Arm? Denn du wirst genau in dem Zustand wiedererweckt, in dem der Engel des Todes deine Seele eingefordert hat. Eine von Shaitans Trügereien, liebe Geschwister, ist das Einreden des Aufschubs. Er bringt die Menschen dazu, ihre Reue zu verschieben. Deshalb warnen euch eure Gelehrten vor den Worten, ich werde. Sie sagen, wir warnen euch davor zu sagen, ich werde. Davor zu sagen, ich werde bereuen. Ich werde es gleich morgen tun. Ich werde es gleich morgen erledigen. Wieso erst morgen? Wer hat dir denn versprochen, dass du morgen noch lebst? Heute leben wir. Also wieso sagst du morgen? Was macht dich bitte so sicher, oh Diener Allahs, dass du morgen überhaupt noch am Leben sein wirst? Al-Hakim, radiallahu anh, vergleicht einen wahrhaftigen Gläubigen, der sich in Reue begibt, nach jeder einzelnen Sünde, die er begeht. Aus Angst vor dem Ende, aus Furcht vor Allah, mit jenem, der nachlässig ist und seine Reue verzögert. Es ist wie eine Gruppe von Leuten, die sich auf einer Reise befinden und ein Dorf erreichen. Die Frauen besorgen sich schnellstmöglich Proviant, um ihre Reise fortsetzen zu können. Während die Nachlässigen sich entspannen. Morgen, insha'Allah, werde ich. Morgen mache ich diese und jene Besorgung. Es ist noch genug Zeit. Und plötzlich sagt der Reiseleiter, unsere Reise wird fortgesetzt. Der Fromme ist bereit. Er hat alle Besorgungen erledigt. Los geht's, gehen wir, ich bin bereit. Und der Nachlässige sagt, bitte, nur noch einen weiteren Tag. Nur noch eine Stunde, bitte, bitte, bitte. Was heißt hier bitte? Was soll dieses Bitte sein? Wo warst du in all dieser Zeit? Was hast du gemacht? So sind die Menschen heute in unserer Gesellschaft. Wenn der Engel des Todes kommt und ihre Seele einfordert, sagen die Frommen, Alhamdulillah, ich habe mein ganzes Leben lang auf diesen Augenblick gewartet. Wo warst du? Ich bin bereit. Meine Taschen sind gepackt. Meine Taschen voll mit Rechtschaffenheit und guten Taten. Sie sind gepackt und versiegelt. Ich bin bereit, wir können losgehen. Er kann es kaum erwarten, seinem Schöpfer gegenüber zu treten. Während der Nachlässige sagt, Ja, Rabb, ja, Allah, bitte lass mich noch einmal auf die Erde, damit ich noch einmal versuchen kann, dich zufriedenzustellen. Lass es mich noch einmal versuchen. Gib mir noch eine Chance. Subhanallah, wie viele Chancen willst du noch? Du hast hier und jetzt deine Chance. Noch lebst du. Wieso füllst du nicht jetzt deine Taschen mit rechtschaffenden Taten, mit Gottesdiensten und Gehorsam? Wieso willst du erst sterben und danach um eine zweite Chance zu bitten? Wir sind Reisende. Abdullah ibn Omar, radiallahu anh, erzählt, dass ihn der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, einmal an der Schulter packte und sagte, Lebe in dieser Welt, ja, ibn Omar, als ein Wanderer, ein Fremder, ein Reisender. Denn eines Tages wirst du dieses Land verlassen, hin zu deiner letzten Station, welche nichts anderes sein wird, als das Paradies oder die Hölle. Und er, sallallahu alaihi wasallam, sagte immer, Ja, ibn Omar, wenn die Nacht eingebrochen ist und du noch am Leben bist, dann erwarte nicht, auch am nächsten Tag noch am Leben zu sein. Und wenn du am nächsten Morgen noch am Leben bist, erwarte nicht noch am Leben zu sein, wenn die Nacht einbricht. Nutze die Zeit, in der du jung und gesund bist, für die Zeit, in der du mit Krankheit geplagt sein wirst, wann es dir unmöglich sein wird, wünschenswerte Handlungen durchzuführen. Nutze dein Leben für den Tod. Wir müssen hart daran arbeiten, uns vorbereiten für den letzten Tag. Wir sind alle Reisende, Reisende zum Allmächtigen. Lasst uns die Aufgabe erfüllen, die Allah uns aufgetragen hat. Jetzt, bevor der neue Tag beginnt, bevor die Nacht einbricht, wir müssen jetzt unsere Taschen füllen. Lasst uns unsere Taschen füllen mit rechtschaffenden Tagen. Das ist die Aufgabe, die Allah uns aufgetragen hat, das ist dasnitt משum Deing. Unsere Taschen füllen. Tower Türk� Hmmmu Untertitelung des ZDF, 2020